Geil, wir haben ein Match gefunden, aber wir haben jetzt mal das erste Bild auf jeden Fall schon mal geholt, das wird der Grunde meines Lebens, ich weiß es jetzt schon, komm her, komm her, komm her, Bruder, mein Bettchen, perfekte Leute, und wir haben gewonnen, das ist echt gg. Ich habe noch gar keine Begrüßung gemacht, wahrscheinlich jetzt nochmal die Begrüßung, Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, und zwar habe ich gerade ein anderes Programm, wo das Mikrofon funktioniert, aber dafür habe ich die FPS des Todes, also X-Brit Studio, nein, sorry, OBS meinte ich, OBS Studio, aber ich nehme damit da eine der, also fangen wir mal an die auf. Ja, also wie gesagt, OBS Studio ist wirklich wunderbares Programm, wenn ich nämlich die Qualität runterstelle, werden die FPS weniger, und wenn ich es einfach höher stelle, also ich nehme jetzt mit HD auf, ganz normal, habe ich einfach mehr FPS im Markt, das ist wirklich mega lustig, und ich habe gedacht, ich nehme jetzt auch mal so ein Video auf, wird zwar, vielleicht nicht so gute Qualität, aber, oh mein Gott, okay, haben Block-Image geschafft, nächsten Punkt für Maui-Line, perfekte, also nimmt das Video einfach nicht zu ernst, Du könntest natürlich gerne ein Dislec da lassen, wenn es euch irgendwie komplett stört, aber ich finde es auch eine mega, mega lustig, okay, hätten dann auch wieder... Wie spielst du? Ich spiele super taktisch, mit dem besten FPS, also ich habe 300 FPS, den man sehen kann hier, wie nennt man das, wie ich spiele, schreibt es doch mal in die Kommentare, wie spiele ich, ich spiele Abfuck, weil sie nur, warte mal, ich definier's mal, Butterfly können, Ich, Butterfly, Butterfly, hau einfach so drauf, so funktioniert das dann, so genau, und, ja, dann, das, ja, dann bleibt man halt eben stehen, ja, und jetzt habe ich gerade... Ich kann gerade gar nichts machen mit 5 FPS, ich glaube, der geht gerade in die Luft, aber ich würde es trotzdem noch gewinnen, weil dem will ich doch nicht im Sieg lassen, Sola, ich weiß nicht, ob er reduced oder nicht, aber es scheint, das würde ein bisschen reducen, aber... Oh, danke schon fürs Bettchen, danke, sorry, das habe ich jetzt gebraucht, also ich bin die absolute Minecraft, ja, das war's jetzt, GT, sorry, dass ich so gespielt habe, nur, ich gebe mein Bestes mit so 20, 40, 30 FPS so zu spielen, Leute, oh my god, die neue Community, seht's euch an, man sieht fast gar nichts, die bewölkt dann die nebelige, egal, Leute, So, Leute, dann würde ich sagen, was jetzt sind wir mit diesem wunderbaren FPS-Video, was wirklich keine Lacks hat, überhaupt nicht, Leute, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, wenn es nicht, ist auch vollkommen egal, sogar nur ein Dislike dalassen, kein Problem, kann ich vollkommen verstehen, solche Videos sind echt wie in den Augen, also nochmal, sorry, dafür habe ich heute einfach irgendwas bringen, und ich fand das jetzt eigentlich schon ziemlich, ziemlich lustig, Leute, haut rein, bis zum nächsten Video, ciao, und natürlich, wenn ihr mehr so gute Videos sehen, bis zu einer guten Audioqualität, und dafür so einem Bild, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, haut rein, ciao. Outro